Die Erforschung des Paranormalens ist unsere Aufgabe. Die Geister und Dämonen existieren. Wir arbeiten mit den neuesten Geräten. Das Team ist für sie da. Wir gehen an unsere Grenzen. Sie finden uns. Facebook. Instagram. Youtube. TikTok. Und Twitch. Facebook. 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 YouTube. Instagram. Instagram. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020